Kann jeder Hunter KR? Ich weiss das grad nicht. Mit wem teile ich mir den Spell? Mit irgendjemandem teile ich mich. Achso. Well, okay. Daaa. Siehste, deswegen soll ich selber einen Hunter dabei haben. Also, es heißt KR. Ich glaube, ich muss noch mal reinschreiben, ne? Blattlast. Woah, ich hab Loot gekriegt. Hab ich beinahe übersehen. Ja, das sieht doch gut aus. 16 Punkte sogar. Anziehen. Wobei, nicht jeder Hunter kann KR, ne? Deswegen, man muss da differenzieren. Obwohl, kann jeder Hanfer KR? Ich weiss das grad nicht. Vielleicht ist ihr es ja und könnt mir das ja mal sagen. Wenn ich in Nefferes lehnt den Ruhm ab.